Ja, es war gegen 12.07 Uhr, um genau zu sein, dass wir einen Anruf erhielten. Es kam offenbar zu einer Bedrohungslage in einer Wohnung hier in Hamburg-Groß-Forstel. Die Ehefrau, die von ihrem Ehemann bedroht wurde, hat die Polizei verständigt. Und als die Streifenwagenbesatzung dann hier den Einsatzort erreichten, trafen sie auf den 39-jährigen Beschuldigten, der sich inzwischen auf der Straße befand und eröffnete sofort das Feuer auf den Streifenwagen. Die Polizeibeamten sind Gott sei Dank dadurch nicht verletzt worden. Sie haben dann ebenfalls von der Schusswaffe Gebrauch machen müssen und haben den Beschuldigten im Bein getroffen. Er wird jetzt gerade medizinisch versorgt, wird dann in ein Krankenhaus gebracht und ist inzwischen vorläufig festgenommen. Dieser Einsatz, es kam zum Streit, ist das hier schon öfters vorgekommen? Das heißt, nennen die Beamten die Adresse? Ja, es ist offenbar schon häufiger zu Streitsituationen zwischen diesem Ehepaar gekommen, aber noch nicht in diesem Ausmaß oder in dieser Dimension. Können Sie schon sagen, ob der Angreifer mit einer Schafenschusswaffe geschossen hat oder ob es sich um eine Gastpistole handelt? Das können wir aktuell tatsächlich noch nicht sagen. Es ist jetzt noch sehr frisch. Das ist jetzt ein paar Minuten her, der Einsatz. Was genau das für eine Waffe war, wird noch Gegenstand der Ermittlung sein. Können Sie sagen, wo der Angreifer getroffen wurde und wie es ihm geht? Also so wie sich jetzt darstellt, ist der Angreifer im Bein getroffen worden. Wir wissen aber im Moment noch nicht genau, wie oft die Kollegen schießen mussten und wie oft sie ihn möglicherweise getroffen haben. Aber zumindest einmal haben sie ihn im Bein getroffen und insofern wird er jetzt gerade medizinisch versorgt. Wie geht es den beiden Beamten? Ja, so eine Situation ist natürlich eine extrem belastende Situation und insofern werden die beiden Beamten jetzt auch notfallmäßig versorgt und müssen den Einsatz jetzt erstmal verarbeiten.